So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gäste, liebe Clubmitglieder. Herzlich willkommen zum Market Talk. Ich versuche gerade mein Mikro festzumachen, das ist ja jetzt aber fest. Hallo Dustin. Wunderbar. Hallo Christoph. Willkommen zurück. Willkommen zu einer weiteren Spanien. In einer Woche, wo weltpolitisch wieder viel los ist und die Märkte auch ein bisschen nervös reagieren. Aber gestern ging es erstmal wieder bergauf, heute sah es auch ein bisschen besser aus wieder. Heute ging es mal wieder bergauf, gestern auch, aber die letzte Woche war ein bisschen gründlicher, können wir mal sagen. Wir schauen direkt rein. Guten Morgen, Armin. Guten Morgen, Rüdiger. Grüß zurück nach Bonn. Genau, viele Grüße an der Stelle. Wir sehen es hier. Ich habe es schon mal markiert mit unserem schönen blauen Strich hier und wir sehen, die letzte Woche war nicht sonderlich erfreulich, zumindest für alle, die nur long investiert sind, kann man so sagen. Man sieht es ganz gut. Wir hatten hier den Montag, der relativ deutlich nach unten ging. Und an der Stelle natürlich auch eine Wochenverlauf, der sehr kritisch nach unten ging. Also wir sehen es ganz gut im Chartbild hier. Dienstag war trübe. Mittwoch hat sich das Ganze so ein bisschen gefangen. Es lag daran, dass die Anleihenrenditen wieder so einen Ticken zurückgekommen sind. Also ein bisschen positiver zumindest, wenn man so in die Richtung Zinspolitik blickt. Konjunkturdaten waren auch so mittelmäßig, kann man sagen. Jetzt teste ich mal dein Finanzwissen. Ich habe nur gelesen oder gehört da Anleihen, Anleihen. Irgendwie war das letzte Woche das Thema Anleihen und Crash und keine Ahnung. Ich wusste, ich habe nicht gemerkt, was es da wirklich ging, weil ich mich irgendwie nicht damit beschäftigen wollte. Was war da los? Man kann es ganz gut so zusammenfassen. Wir haben ja seit langer, langer Zeit eigentlich Anleihenrenditen gehabt, die immer wieder gestiegen sind, dadurch, dass die Anleihen halt eigentlich ja immer weiter auf so einem Tiefpunkt waren. Und das Ganze hat sich in der letzten Zeit ja immer mehr umgedreht, da wir ja mal wieder seit langer Zeit über einen langen Zyklus jetzt steigende Zinsen haben. Und diese sehr steigenden Zinsen oder extrem steigenden Zinsen führen halt dazu, dass sowohl ja auch Aktien als auch Anleihen negativ laufen eigentlich. Oder Preisentwickler. Aber eigentlich ist das ja erstmal, wäre ja egal, wenn ich einen Anleihen zeichne, dann kriege ich die Zinsen und gut ist. Ja, also wenn du schon in Anleihen investiert warst, ist das alles mehr oder weniger kein Problem. Aber es ist halt ein Problem, wenn du wieder jetzt neu investieren würdest. Weil, oder beziehungsweise umgedreht ist es eigentlich so, wenn du jetzt neu investieren würdest, ist es gerade wieder positiv, weil gerade kriegst du wieder hohe Zinsen. Wenn du investiert hast, ist es eher negativ und das liegt einfach daran, dass die Kurse der Anleihen natürlich fallen. Wie du aber richtig sagst, ist es mir erstmal egal, wenn ich die Anleihen weiter halten will. Das heißt, wenn ich... Aber wenn du jetzt switchen würdest, du hast jetzt eine 0,5 Anleihe irgendwann gezeichnet, dann niedrigst du ins Politik und sagst, jetzt will ich mal, aber jetzt will ich für 4,5% eine Anleihe zeichnen. Kannst du zwar machen, hast aber hohe Verluste, weil die Preise gefallen sind. Das ist halt das große Problem. Also solange du investiert bleibst und die Anleihe bis zum Ende der Zeit läuft, ist alles gut. Und solange du aber jetzt hin und her wechseln willst, ist es natürlich schlecht, weil du einfach ganz klassisch einfach Verluste realisierst und dann woanders rüber wechselst. Die Anleihenmärkte sind halt sehr effizient. Da gibt es nicht diese Diskrepanzen, weil man alles sehr schön ausrechnen kann. Bei Aktien ist es ja immer so, wir schätzen Renditen, wir schätzen es, wie Dividenden entstehen, wie Dividenden gezahlt werden. Bei Anleihenmärkten ist das Ganze sehr, sehr, sehr auf den Punkt berechenbar und dementsprechend sind die natürlich sehr, sehr anfällig für genau diese Bewegungen, die wir gesehen haben. Also Zinsbewegungen, Zinserwartungen, die höher gehen, führen einfach zu diesen steigenden Anleihenrenditen. Und hier unten, das, was ich gerade eben angesprochen habe, gab es aber diese Kehrtwende des Ganzen. Ich habe das mal in der Grafik, und die wollte ich gerade eben mal zeigen, mitgebracht. Da sieht man es nämlich ganz gut. Das ist so ein bisschen das, was die FED... Die Grafik musst du aber erst mal erklären. Genau, das ist so ein bisschen das, was die FED, was erwartet wird, was die FED so an Zinsanstiegen oder dann auch an Zinskürzungen in Zukunft tätigen wird. Also wenn ich es richtig sehe, bis 2024 noch Anstiege ganz moderat oder leicht und dann soll es wieder in die andere Richtung gehen. Minus zwei heißt ja, zwei Prozent senken. Genau, also erstmal wichtig an der Stelle ist, in grün sehen wir das vom 9. Oktober, also von gestern, und in schwarz sehen wir die, die etwas älter sind, vom 20. September. Und wir erinnern uns, wir haben eine sehr negative Zeit zumindest, was die großen Indizes und eine sehr positive Zeit, was die Anleihenrenditen betrifft, hinter uns. Also wir hatten jetzt vor kurzem ja die neuen Höchststände. Das ist auch das, worauf du gerade eben so ein bisschen raus wolltest. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Was wir aber gesehen haben, ist, dass wir hier in schwarz noch deutlich mehr Zinsanstiege erwartet haben bei der FED, als wir es jetzt aktuell tun in blau. Das heißt, wir haben deutlich eher erwartet, dass die Zinsen noch um einen Zinsschritt steigen bis ungefähr Dezember, Januar 2024. Da wären wir dann wann? Wo ungefähr? Bei sechs? Genau, also wir sind jetzt so bei fünfeinhalb. Also wenn man das so ungefähr hochrechnen würde, je nachdem halber, ein einziges Schritt, das kann man hier sogar ganz gut ja absehen, wie viel das noch wäre. Was aber viel wichtiger an der Stelle ist, ist halt, dass das deutlich weniger jetzt erwartet wird und wir deutlich eher wieder in Momentum kommen, wo die Zinsen schneller auch wieder fallen sollen. Und das ist so ein bisschen der Kernpunkt, den wir auch in den Märkten gesehen haben. Ich gehe nochmal hier zurück und gehe mal auf den S&P 500. Da sehen wir es nämlich noch ein bisschen deutlicher und gleich auch nochmal im Nestec ein bisschen deutlicher. Auch hier ziehe ich nochmal kurz unsere Linie ein vom Montag. Wir sehen hier ganz gut, dass wir hier unten diesen Tiefpunkt hatten und da war tatsächlich auch so mit einer der Hochpunkte der Anleihenrenditen und dann hat sich das Ganze so ein bisschen umgekehrt. Und der Grund dafür lag eigentlich so ein bisschen einfach darin, dass sich das Momentum gedreht hat in Richtung, ja, wie läuft die Konjunktur, wie laufen die Arbeitsmarktzahlen. Die waren eigentlich wieder recht positiv. Am Freitag kamen die raus. Genau, am Freitag war es deswegen so ein bisschen am Wackeln. Aber wir haben eigentlich gesagt, wir laufen auf so einen absoluten Hochpunkt der Anleihenrenditen zu, weil das so ein bisschen die Kommentation auch der Fett war. Und wie wir es beim DAX halt gesehen haben, spielt damit oftmals der DAX auch in einem ähnlichen Rhythmus. Dann natürlich, wir sind von der Zinspolitik an einer anderen Stelle, kann man sagen. Aber wir sind von den Mechanismen her sehr, sehr gleich. Und wir haben es insbesondere auch hier in Europa gesehen und in Deutschland sehen wir es insbesondere sehr, sehr stark, dass die Wirtschaft wirklich stark leidet. Wir erwarten weitere Rückgänge in der Industrie, weitere Rückgänge in der Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. Das heißt, auch hier erwartet man eigentlich, dass man so langsam auf Tiefpunkten aufsetzt. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das? Man hat auch schon vorher erwartet, dass man langsam auf diese Tiefpunkte aufsetzt. Aber das ist so ein bisschen der Grund, warum wir eigentlich im Wochenverlauf so langsam die Kurve bekommen haben. Und ich habe es ja gerade angesprochen, am deutlichsten sieht man das tatsächlich auch, wenn man sich den Nasdaq 100 ansieht, hier im Wochenverlauf. Also wir sind hier am Montag losgestartet. Dann ging es nochmal ein bisschen bergab und dann doch in diesem Momentum halt hoch. Wir sehen es aber deutlich, ja, vor allem hier am Freitag und auch zum Montag hin. Denn dann kam so das nächste Thema. Wir haben wieder Krieg. Krieg quasi diesmal aber in Israel. Unten im Nahen Osten quasi wieder einen neuen Nahostkonflikt, könnte man sagen. Und die große Frage ist ja, wie wirkt sich das Ganze am Ende auf den Westen aus? Und direkte Auswirkungen hat es erstmal weniger, weil eigentlich der abhängigsten ist man von dem, was dort an Ölproduktion halt passiert. Und ja, Ölproduktion ist zumindest in Israel relativ gering, aber natürlich auch in den umliegenden Ländern sehr, sehr stark. Ja, die im Konflikt immer irgendwo auch Parteien sind. Genau, genau. Nicht mal direkt, aber indirekt. Das ist so ein bisschen das Problem. Also es gibt ja immer wieder Konflikte und die sind mal größer, mal kleiner. Jetzt ist es halt wieder relativ groß. Und wenn wir halt in Richtung Irak, Iran blicken, insbesondere auch in Richtung Iran, sind wir mittlerweile in Ländern, die halt schon signifikante Mengen auch zum weltweiten Ölexport beitragen. Und sollte sich dieser Konflikt deswegen weiter ausbreiten, weil Israel sagt, sie möchten eine größere Sicherheitszone um sich haben, dann könnte sich das natürlich noch deutlich mehr auf die Märkte auswirken. Wir haben es in den Ölpreisen gesehen. Also wenn wir uns die auch hier nochmal ansehen, haben wir gesehen, es ging wieder deutlich nach oben. Nach einem Sprung, ja. Genau. Was wir aber auch sehen, wir sind halt von diesen ganzen Hochpunkten, die wir in den letzten Wochen erreicht haben, eigentlich wieder runtergekommen. Und ja, die sind eigentlich darauf zurückzuführen, dass wir insbesondere von den Wirtschaftsleistungen nicht mehr allzu viel erwarten in diesem Land und einfach die Nachfrage grundsätzlich wieder sinken sollte. Also das so in diesem Gesamtkonstrukt der aktuellen Märkte. Das war die Gemengelage zumindest der Woche. Das uns da so bewegt. Bisschen anderes Bild ist so, ja, in Asien zu sehen, im Hang Seng. Da sehen wir ja, dass wir auch hier mal wieder auf den letzten Tiefpunkten eigentlich aufgesetzt haben. Also wenn wir jetzt hier mal den Dienstag rausholen, dann sehen wir, dass wir vom Freitag auf den Dienstag, Montag waren die Märkte geschlossen, auch hier diesen Bodensatz hatten und dann aber nach oben wieder nach oben gezogen sind. China insbesondere natürlich mit dem Evergrande-Thema immer wieder im Fokus, gerade auch wieder vermehrt im Fokus. Die Immobilienmärkte stehen im Fokus, viel, viel Leerstand. Das bewegt die Märkte und ja, wir sehen es auch so ein bisschen in dem, was im Nikkei geschieht. Auch die Märkte sind ja so ein bisschen zurückgekommen. Man sieht es etwas deutlicher, wenn wir es das Ganze in Wochensicht ansehen, dass wir hier ja seit den letzten Wochen eigentlich immer wieder so ein Stück bergrunter laufen und dort kann man es insbesondere halt auch am Yen wieder festmachen. Man sieht es hier mal, das ist die Rate vom Euro-Yen ja über den Zeitverlauf und wir sind ja in den letzten, ja so seit Mai, Juni sehr, sehr stark nochmal nach oben gelaufen von 150 jetzt auf 155,60. Was wir aber sehen, ist, dass sich hier droht quasi so ein bisschen was umzudrehen. Also die Trader unter uns wissen es so ein bisschen, die Indikatoren zeigen zumindest gerade in die Richtung, dass das Momentum abflaut und sich da auch wieder... Ne, das ist eine Divergenz. Wir haben noch leicht höhere Kurse, aber die Indikatoren gehen abwärts. Genau, genau. Und ja, das beschäftigt die Märkte in Asien, kann man so sagen. Wir hatten aber auch wieder da so den kleinen Rebound, weil auch hier natürlich die Hoffnung ist, wenn die Zinsen nicht mehr so weiter steigen, dann könnte sich die Märkte global wiederholen und dementsprechend auch der Export für Asien. Genau, wir blicken aber nochmal auf die letzte Woche. Auch da war einiges quasi wieder los. Wir beginnen jetzt so langsam wieder mit den Earnings, also allen, die langweilig waren und die auf die nächsten Quartalszahlen gewartet haben. Es ist jetzt so langsam wieder so weit. Es geht ja mit den Banken los. Die sollten ja eigentlich nicht so viele Probleme mehr haben wie in der Vergangenheit. Mit den besseren Zinsen? Eigentlich nicht. Also das ist ja, wie gesagt, immer dieses Spiel, das wir auch sehen zwischen Banken, die sehr stark im Kundengeschäft unterwegs sind, sehr stark in diesem klassischen Bankgeschäft. Die freuen immer die höheren Zinsen. Es gibt am Ende mehr Marge, die man sich einstecken kann. Banken, die sehr stark natürlich auch in diesen M&A- und Übernahmenbereichen sind, die leiden darunter, weil weniger Kapital vorhanden ist. Klar, man hat höhere Zinsen, man kann mehr Geld verdienen mit Finanzierung. Auf der anderen Seite geht das Finanzierungsvolumen aber auch in vielen Bereichen ja zurück. Und ich frage mich immer ab, dann zum Beispiel im Immobilienfinanzierungsbereich ist ja völlig offensichtlich, dass da Vergabe von Krediten zurückgeht. Dann hat man halt weniger Auftragsvolumen. Okay, für bessere Zinsen ist das nicht manchmal auch so ein Nullsummenspiel bei einigen Banken? Ja, das Ding ist halt, ganz einfach platt gesagt, wenn du halt mit ganz geringen Zinssätzen arbeitest, dann kannst du in diese Zinssätze meistens weniger Marge einrechnen. Das kann man sich eigentlich vorstellen wie so ein Geldbriefkurs. Umso enger es wird, umso weniger Marge kann ich mir einrechnen. Und umso höher die Zinssätze werden, umso undurchsichtiger wird es, umso breiter wird die Landschaft und umso mehr Marge können sich die Banken am Ende auch an den Stellen einstecken, weil sie mehr Möglichkeiten haben, auch Kapital. Ja, es gibt halt auch ganz bunte Produktangebote. Also selbst wenn man jetzt mal in den Konsumerbereich, gar nicht mal in den Finanzierungsbereich reingeht, von kriegst bis Ende des Jahres nochmal so viel Prozent Zinsen und dann ganz viele Lockangebote. Also sehr viel Bewegung in diesem ganzen Zinsumfeld jetzt. Es lohnt sich wieder. Es lohnt sich wieder, genau, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch merkt man auch diese Vorsicht. Also immer diese Begrenzung dieser Angebote. Also einfach mal zu sagen, ja, ich kriege auf mein Geld jetzt mal vier Prozent, so ist es einfach nicht. Also immer mit einem Häkchen oben nochmal, ja, bis Ende des Jahres, dann gucken wir mal. Und das ist schon sehr spannend. Und das ist halt immer so, dass man Kunden versucht, an sich zu binden, um danach aber die Zinssätze unterhalb den Einstand zu bekommen, um einfach Margen zu haben. Okay, gut, aber wie geht es weiter? Entschuldigung. Genau, wir gucken auf die News der Woche. Wie gesagt, wir haben so ein paar kleinere Geschichten. Point Biopharma irgendwie ist momentan so die Zeit gefühlt der Übernahmen im Pharma-Bereich. Wir haben es sehr stark gesehen, wie gesagt, bei Point Biopharma. Da geht es um Krebstherapien, Studien zu Krebstherapien. Und Eli Lilly als einer der größten Pharmakonzerne der Welt hat, ja, angeboten, das Unternehmen zu übernehmen. Eigentlich hat man sich auch schon geeinigt. Und dementsprechend ist die Aktie ja ganze 86 Prozent nach oben geschossen. Wie wir uns das gut vorstellen können mit dem Ausbruchs des Krieges unten am Gazastreifen in Israel, in der Region, sind auch wieder die deutschen Rüstungskonzerne gefragt. Auch die amerikanischen, aber hier insbesondere Hensholt und Rheinmetall waren auch gestern die Top-Performer bei uns im DAX und auch im MDAX, weil wir ja natürlich dann wieder darauf setzen, dass mehr Rüstungsgüter produziert werden. Jetzt haben wir nicht nur einen Krieg, sondern tendenziell noch einen zweiten. Das bedeutet einfach eine höhere Waffenproduktion. Red Care Pharmacy, ein Unternehmen, was wir ja öfter mal haben, hieß früher Shop-Apotheke für alle, die sich wundern. Ein Unternehmen, was ich schon was länger im Portfolio auch habe, deswegen wahrscheinlich berichten wir auch öfter mal drüber. Ganz, ganz spannend, hat sehr solide Quartalszahlen vorgelegt. Die haben ja eine große Marketing-Kampagne gefahren, wer es gesehen hat. Auch mit Günter Jauch im Fernsehen und, und, und. Der Umsatz ist jetzt um 67% gestiegen und, ja, dementsprechend hat man hier eigentlich ein positives Momentum erzeugen können. Und, ja, Nike und Footlooker, da lief es mal wieder besser. Wobei man sagen muss, wir sehen es gleich bei Adidas und auch bei Puma, da lief es halt schlechter. Nike hat besser als erwartete Zahlen geliefert. Bei Footlooker war es auch mal wieder so, dass man ein positives Momentum erzeugen konnte. Werft mal einen ganz kurzen Blick in den Chart, dann kann ich euch das mal zeigen. Da bin ich gespannt, ich bin bei Footlooker teilweise investiert. Ich weiß nicht, was du da so siehst. Die waren ja zuletzt relativ schwach auf der Brust. Ja, genau. Die hatten es mal wieder nötig, kann man so sagen. Wir hatten hier diesen, man sieht es, diesen Corona-Dip, dann ging es, ja, deutlich, deutlich bergauf. Wir hatten einen klassischen hohen Handelsbedarf. E-Commerce war da, aber auch das Ladengeschäft lief gut. Ja, und dann gibt es bei Footlooker ging es so treppchenweise immer wieder nach unten. Also immer wieder so einen kleinen Dip nach unten. Wir können uns das in dem Bild hier mal ein bisschen besser noch ansehen. Nicht erschrecken, das ist jetzt der DAX. Aber hier sieht man es ganz gut bei Footlooker, wie es halt wirklich so Stück für Stück immer nach unten gegangen ist. Man sieht auch die großen Gaps teilweise. Also es kommt auch viel über die Earnings getrieben. Was wir aber sehen, ist halt, ja, dass die PE-Ratios mal zwischendurch bei drei waren. Also das KGV lag unten bei drei. Ist so langsam aber wieder ab und angewachsen. Und das, obwohl der Kurs halt gefallen ist. Und da sieht man halt ganz gut, dass hier schon was vorweggenommen wurde. Da, ja, die Ergebnisse und Gewinne einfach eingebrochen sind bei Footlooker. Lag so ein bisschen in dieser Kombination aus Nike. Nike hat mehr Geschäft zu sich selber geholt. Hat weniger seine, ja, weiteren Shops und Händler quasi bedient. Aber, wie gesagt, gab es jetzt mal diesen positiven Trend. Ja, und konjunkturell auch einfach. Genau. Und da ist halt bei vielen Retailern, ist ja so ein bisschen die Frage, wo ist eben auch der Boden. Und ich denke mal schon, die großen Marken, die werden sich dann wieder erholen. Aber die Frage ist halt, wo ist der Boden. Dann geht es noch, dann kann er auch noch viel tiefere Rezessionen geben. Und eine längere Phase, das ist immer so schwer zu sagen. Genau, genau. Footlooker ist ja ein guter Dividendenzahler auch. Die Millionen, 6%. Mittlerweile 6%. Genau, deswegen ist es für mich auch ein Titel, der spannend ist. Aber man sollte da auch streuen und mehrere solcher Titel im Depot haben. Weil da kann auch mal einer irgendwann deutlich schlechter performen. Genau, genau. Also man sieht halt bei Footlooker, dass man doch sehr eng abhängig ist von Nike, die ja auch jetzt nicht die beste Zeit hatten, aber sich halt gerade wieder drehen, weil sie halt überraschend positive Zahlen geliefert haben. Und ja, dieses Momentum streut natürlich trotzdem noch auf die unterliegenden Händen am Ende, die das Ganze vertreiben, das Ganze umsetzen. Und wenn ja die Nachfrage dort besser ist, als wenn man gedacht hat, dann streut das natürlich auch nach unten weiter. Wir gehen nochmal eine Woche weiter oder ein Blatt weiter. Es gibt nämlich noch ein paar News. ExxonMobil, die haben immer noch scheinbar viel Kapital auf der hohen Kante. Jetzt geht es an einen Kieferöl-Spezialisten. Pioneer Natural Resources, also man möchte für 60 Milliarden Dollar hier diese Übernahme tätigen. Kieferöl ist für mich kein Begriff. Ist das tatsächlich ein... Also kann man sich wirklich so vorstellen, dass man Öl aus Kiefern gewinnt? Ich bin da auch nicht so tief drin, aber es soll ganz gute Symbiosen geben. Für ExxonMobil generell. Man soll einfach darüber, dass man diese Übernahme tätig, Zugang zu besseren Ressourcen haben und somit einfach die Barrel-Fördermengen pro Tag deutlich erhöhen können. Das ist so ein bisschen die Idee von ExxonMobil dahin. Und ja, höhere Fördermengen gefallen natürlich immer auch den Aktionären. Cola und Pepsi haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Die sind deutlich, deutlich unter Druck gekommen in den letzten Tagen, Wochen. Woran es liegt, ist so ein bisschen umstritten. Zum einen bricht der Handel natürlich auch an einigen Stellen trotzdem ein, auch wenn die Unternehmen immer sehr, sehr resilient sind. Viele andere sagen, hey, es liegt an den Abnehmpräparaten. Wir schauen mal kurz rein. Es ist wirklich erstaunlich. Also für einen Titel wie Coca-Cola, man sieht es, es gibt selten Möglichkeiten, dass man Aktien dieses Unternehmens mal verhältnismäßig so günstig gerade bekommt. Also unter diesem PE-Rathe. Wenn du mal guckst, das letzte Mal, wo war das bei einer Corona-Tief, also ein KGV von, was war das da? Ja, wir sehen es hier, also wir sind jetzt hier bei so 26. 16 war es im Corona. Genau, wir sind hier mal so bei 16. Was wir aber halt sehen, dass wir fast nie auf dieser 200-Tages-Linie, also sie fast nie unterstreiten. Also es war hier, wie gesagt, in Corona der Fall. Danach ist man wieder deutlich drüber gelaufen. Jetzt kämpft man sich gerade an dieser Linie hier so weiter. Und bei Pepsi sieht es eigentlich nicht viel anders aus. Da sind wir noch ein Stück weiter oben. Aber was wir jetzt sehen, die Befürchtung ist am Ende, wir haben ja drüber gesprochen, ja, vor kurzem. Novo Nordis bringt diese Abnehmenspitzen raus. Die führen dazu, dass man weniger konsumiert, weniger Zucker konsumiert, weniger Softdrinks konsumiert. Und dementsprechend auch die Umsätze zurückgehen. Die einen sagen, das ist totaler Quatsch, weil die Menschen so gierig sind, dass sie sowieso immer wieder auf Zucker abfahren werden. Egal, was sie für Medikamente nehmen. Die einen sagen, ja, da kann schon irgendwie was dran sein. Wird sich wahrscheinlich so ein bisschen zeigen, aber bei den Amerikanern ist dieses Thema Abnehmpräparate doch deutlich präsenter als bei uns. 15 Prozent der Amerikaner haben schon mal irgendwie was in der Art und Weise probiert. Aber ist doch gut, kann man Spritze nehmen und trotzdem Cola trinken, oder ist das nicht? Genau, das sagen die einen. Die anderen sagen, hey, das ist weniger. Es bleibt da so ein bisschen abzuwarten, wie die Reise weiterhin geht. Aber man sieht es zumindest von den Bewertungen ganz spannend. Es ist ganz spannend, dass sie mal ein bisschen zurückkommen, weil ich glaube, der Markt ist nicht nur USA, gerade bei Cola, Coca-Cola und Pepsi. Aber mal sehen. Genau, wir werfen ja gleich nochmal einen kurzen Blick auf Pepsi. Die legen nämlich auch Quartalszahlen tatsächlich ja heute vor. Airbnb ist so ein bisschen unter Druck geraten, weil es einfach verschärfte Bedingungen für diese Kurzzeitvermietungen gab. Ist immer wieder ein Thema bei Airbnb. Dieses Geschäftsmodell ist halt von vielen in dieser großen Lobby am Ende nicht gerne gesehen, weil es halt den großen Hotelketten auch Konkurrenz macht. Ja, und auch lokal, also je nach Land auch unterschiedliche Regularien, was man überhaupt machen darf. Selbstverständlich sogar nach Stadt unterschiedlich. Genau, man sagt, hey, damit wird der Wohnungsleerstand gefördert und, und, und. Also immer wieder ein Kampf der Regularien und diesmal ist es wieder so weit. Es ist so, genau. Lokale Regularien, gibt Taxi, was darf man, was darf man. Sehr disruptives Geschäftsmodell und dementsprechend ein großer Kampf. Und ich habe es schon angesprochen, wie gesagt, Puma konnte im Vergleich zu Nike jetzt mal nicht überzeugen. Die waren auch mit ausschlaggebend dafür, dass Puma und Adidas Aktien hier gefallen sind. Nochmal eine kleine Sache am Rande. Birkenstock will jetzt endlich an die Börse gehen. Soll soweit kommen, soll jetzt die nächsten Tage kommen, wenn es dann soweit ist. Dann werden wir nochmal drüber sprechen. Aber halt ein Börsengang, der groß sein wird und auch ein Börsengang, der halt schon länger so ein bisschen im Fokus ist. Also ein großer Birkenstock-Fan ist. Immerhin kriegt man die Aktien für weniger Geld als für ein paar Birkenstocks. Ja, das ist wieder ein guter Punkt, genau. Kurzer Blick in unser Mitgliederdepot. Da hat sich nicht so viel getan, kann man so sagen. Wir haben ja keine der letzten Titel dazu gekauft. Dementsprechend alles ungefähr beim alten. Man kann sagen, die großen Titel wurden auch hier mitgenommen von dem letzten Momentum des Marktes. Die einen oder anderen drehen hier so langsam wieder. Ja, es bleibt einfach hier weiter abzuwarten, wie sich das Ganze verhält. Und dementsprechend jetzt der Blick auf diese Woche. Wie gesagt, Pepsi liefert Quartalszahlen. BVB, LVM Asch ist der große Aufschlag quasi heute. Pepsi quasi fast nach diesem Roundup um 12 Uhr werden hier Zahlen geliefert. Wir haben Delta, mit der auch immer so den Start machen in Richtung der Quartalszahlen. Gucken wir mal gleich drauf. Dominos, Walgreens, Südzucker, BlackRock. Also es geht wieder mit voller Fahrt bergauf, kann man so sagen. Und ja, wird glaube ich auch ganz, ganz spannend. Wie gesagt, mal ein kurzer Blick auf die Aktie von Pepsi noch ein bisschen genauer. Wir haben ja gerade eben das hier erzählt, wie wichtig das doch irgendwie ist, dass diese 200 Tageslinien hier eigentlich halten. Die letzten Quartalszahlen von Pepsi, kann man so sagen, waren alle sehr, sehr positiv. Also grundsätzlich ein Momentum, was eigentlich gerade zu anhalten scheint. Die letzten vier Quartale hat man die Erwartungen der Analysten übertroffen. Auch viele der jetzigen Analysten erwarten das eigentlich noch, dass die Zahlen wieder übertroffen werden. Natürlich ist das so ein bisschen hier der Blick in der Zukunft, der mit drinsteckt. Aber auch der letzte Abverkauf, wir sehen es hier, macht sich so eine blaue Kerze so ein bisschen bereit. Also eine Kerze, die zumindest gerade versucht, diesen Boden zu halten. Wir haben eine zweieinhalbprozentige Dividendenrendite mittlerweile. Auch eigentlich für viele, viele der Aktionäre ganz spannend. Aber natürlich immer noch einen KGV von 28, also immer noch ein teuer bewertetes Unternehmen. Obwohl, wie gesagt, wir einen deutlichen Rückgang hier an der Stelle hatten. Also quasi ein Unternehmen, was ja immer wieder eigentlich über diese sehr rezessiven Phasen auch sich sehr beständig gezeigt hat. Die große Frage ist jetzt wirklich, geht es so weiter oder kommt da wirklich mal so ein Kahlschlag? Wie gesagt, da gibt es ganz verschiedene Ansichten, wie Christoph gerade eben erzählt hat. Ich weiß es zumindest mal, wenn man es mal so sieht, seit langem Coca-Cola, Pepsi, auch ein paar andere Größen zu günstigen Bewerben zu haben. Aber es kann eben auch sein, dass so eine Wertungsphase auch viel länger andauert. Ein, zwei, drei Jahre und dann muss man eben auch Stück für Stück einsteigen, um solche Titel zu sichern. Man muss ja nicht immer sofort alles machen. Wie gesagt, Zahlen kommen heute. Ich könnte mir persönlich vorstellen, dass sie ganz positiv werden, aber wir werden es relativ bald erfahren. Und dann werden wir nochmal darüber berichten, wahrscheinlich dann in der nächsten Woche. Wie gesagt, dann haben wir noch Delta Airlines, die auch Zahlen vorlegen. Auch hier vielleicht mal so ein kurzer Blick drauf. Da haben wir deutlich mehr Kampf um diese in der letzten Zeit gehabt. Also wenn man es hier dieses Corona-Tief ansieht, dann war das nämlich deutlich, deutlich ausgeprägter, kann man so sagen, als das bei vielen anderen Unternehmen jetzt in der Retrospektive gesehen werden kann. Auch ein Unternehmen, was immer wieder davon oder davon deutlich betroffen ist, wenn die Ölpreise auch steigen. Einfach, was ja aktuell gerade der Fall ist. Das heißt, wir sehen hier dieses Momentum. Aus zweierlei Hinsicht kann man eigentlich so sagen, wir haben Ölpreise, die höher sind, als man das gewohnt ist. Der LTR hat zwar ihre eigene Raffinerie, aber damit kann man nicht den gesamten eigenen Ölbedarf auch decken. Und auch der hängt natürlich irgendwie am Marktpreis. Aber Krieg ist natürlich auch so ein Motor, der eher dazu führt, dass vielleicht weniger gereist wird. Ist so eine Erwartung, die so ein bisschen auch im Markt steckt. Wir sehen davor diesen starken Berg oder dieses starke Momentum bergauf. Das kam auch aus den letzten Quartalszahlen. Wir sehen es, wenn wir es uns auf Tagesbasis ansehen. An der Stelle, dass die letzten Quartalszahlen hier oder die Erwartungen der letzten Quartalszahlen auch ganz positiv waren. Auf diesem Sprung hier oben, die Aktien waren zwischendurch ja ungefähr 8% im Plus. Sind dann so langsam wieder zurückgekommen. Aber wir sehen, dass das Momentum vorher sehr stark auf der Seite von Delta war, weil wir halt eine besser als erwartete Urlaubssaison eigentlich hatten. Aber es ist eine Zickzackbewegung, kann man so sagen. Wir haben es ja auch besprochen, in unseren Investmentwerkstätten auch ein Markt, der von sehr vielen externen Faktoren beeinflusst wird. Was ganz spannend ist, es wird wieder eine Dividende gezahlt so langsam. Es war jetzt die erste, die gezahlt wurde, 0,21%. Bei Corona kam es ja gekürzt, glaube ich. Genau, also wir waren ja bis hier überall auf 0,0,0. Aber wir kommen eigentlich von einem Momentum, wo Delta mal eine Zeit lang ein sehr starker Dividendenzahler war mit auch 2,5, 3%. Also auch hier wird es ganz spannend am Donnerstag, was so die Zahlen berichten. Wir sehen es aber natürlich, wenn wir hier wieder zum Schluss gehen, der Kampf um den Kurs ist hier, glaube ich, noch nicht zu Ende ausgefochten. Wie gesagt, die Analystenmeinungen sind auch hier ganz positiv. Man rechnet somit um die 55 Dollar eigentlich als Gewinnziel, zumindest aus Sicht vieler Analysten. Also ich glaube, es wird ganz spannend, ob diese Marke, die hier doch hier oben liegt, irgendwann nochmal wieder angetestet wird. Mehr dazu wissen wir bereits wahrscheinlich am Donnerstag. Und natürlich haben wir auch eine Woche noch weiter mit Zahlen, Daten, Fakten, Inflationsraten, Erzeugerpreise. In Deutschland, in den USA, wichtige Themen, auch in Sachen Zinspolitik. Inflationsraten in den USA und auch in China. Wir haben auch weitere Daten zum Außenhandel aus China. Also vieles, was auf den globalen ökonomischen Markt quasi hindeutet. Es bleibt weiter spannend. Bei uns diese Woche zwei Themen, kann man sagen. Am Donnerstag haben wir Trading Day. Vor 8.25 Uhr geht es los, bis 19 Uhr, also im ganzen Tag Programm. Alles zum Thema Trading, hoch, runter, jegliche Strategien. Wir besprechen sehr, sehr viel. Dementsprechend am Donnerstag auch kein Aktien-Round-Up, aber eine Aktien-Werkstatt, die trotzdem stattfindet. Wir gucken uns starke Dividendenzahler an der Stelle an, Baumärkte insbesondere, die in den letzten Jahren ja doch deutlich zurückgekommen sind, aber gerade wieder auf einem hohen, positiven Momentum in die Zukunft blicken, kann man sagen. Genau, am Mittwoch, also morgen noch, Protokoll der FED. Morgen 20 Uhr, wichtiger Termin noch und das ist die Woche. Sehr schön. Das denn, just in time. Absolut. 10.59 Uhr. Genau, und dann würde ich sagen, bis Donnerstag. Bis Donnerstag. Ciao. Tschüss. Bis Donnerstag. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020